Moin, willkommen zu einem neuen Unboxing hier auf diesem Kanal. Heute habe ich für euch ein Video aus einer kleinen Konzertreihe, mal wieder und zwar von meinem Jahresabschlusskonzert Caliburn in Bremen und als Support habe ich hier gespielt, oder als Dingensupport, wie auch immer, League of Desorption und habe ich mir die Venue gekauft von ihrem self-titled Album, EP-Album, Album, ich glaube es ist ein Album. Hier haben wir die Tracklist, hier haben wir die Videos, oh sogar die Zeiten stehen drauf, geil, habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, das Cover und das machen wir jetzt auf, genau, kommt jetzt ein bisschen spät und ist damit tatsächlich auch, glaube ich, wenn ich richtig rechnet habe, das letzte Unboxing in diesem Jahr, also in 2022. Also Videomäßig, was rauskommt. Ja, mal gucken, was das neue Jahr dann für uns alle irgendwie hier bereithält. Wir werden sehen. Ausgepackt ist der Spaß, aber bevor wir hier weiter gucken, gucken wir uns erst einmal, wie League of Desorption so live ist. Kurzer Ausschnitt aus dem Konzert kommt jetzt. Ja, das war geil, ne, ja, die sind nicht schlecht, die sind wirklich nicht schlecht. Noch einmal die Front und die Back, der Rücken. So, und was ich jetzt, dass ihr schon gesehen habt beim Aufschneiden ist, dass hier wieder mal die Venue jetzt einfach drin liegt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum das so ist. Warum Leute das, also warum das gemacht wird so. Genau. Ergibt sich mir aktuell noch nicht ganz. Hier oben haben wir einmal ein Gruppenfoto oder ein Bandfoto. Und hier haben wir die Tracklist und ich glaube, das sind Lyrics. Sieht aus wie Lyrics. Ich glaube, das sind Lyrics. Genau, die linke Seite hier ein bisschen stabiler, ein bisschen stabiler, obviously. Genau, und jetzt gucken wir uns einmal die Vinyl noch an. Das nehme ich hier. Oh, der Kollege ist schwer. Oh, schön schweres, schwarzes Vinyl. Oh ja, das sieht man doch immer und immer gerne. Immer wieder gerne. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, dann bedanke ich mich für's so gucken. Alle wichtigen Links, Band und ja, Band in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.